Eine gut und schnell arbeitende Justiz ist ganz entscheidend für die Lebensqualität der Bürger und auch für den Wirtschaftsstandort Südtirol. Laut SVP haben wir die weltbeste Autonomie und es werden uns auch immer Statistiken gezeigt, denen zufolge wir immer auf den ersten Plätzen liegen. Bei der Justiz ist es auch nicht anders. Das Landesgericht Bozen hinter mir ist eines der schnellsten und erfolgreichsten Gerichte Italiens. Allerdings ist es so, dass Italien das Land in Europa ist, das am häufigsten wegen überlanger Verfahrensdauer verurteilt wurde. In Italien dauert ein zivilgerichtliches Verfahren in erster Instanz ungefähr 30 Monate. In Südtirol sind es ungefähr 20 Monate, aber in Deutschland oder Österreich sind es nur viereinhalb Monate. Laut einer Statistik des Europarates gibt es in Italien ungefähr 11 Richter pro 100.000 Einwohner, während es in Österreich 20, also fast doppelt so viele sind. Was nützt es uns Südtirolerern, wenn wir in Italien die Nummer 1 sind? Was wir in Südtirol bräuchten, wäre deshalb eine Aufstockung der Richterzahlen, damit wir die Südtiroler Justiz auf das Niveau von Österreich und Deutschland bringen.